Wernerisch, es ist unbeschreiblich und unbeschreiblich. Wie soll man sagen, wir haben das Spiel dominiert, kann man sagen. Wir haben den Revanche von letztem Jahr, ich glaube, mehr als Perfekt umgesetzt. Und man sieht, es ist für viele hier überhaupt der erste Team. Überhaupt für jeden Mann war es gewonnen. Auch für Mick und ich bin so stolz, dass diese Mannschaft, diese Fans hier im Rücken haben. Und ich glaube, ich werde mal drei Wochen lang umgefeiert. Das ist unwachbar. Ich glaube, das war auch so ein bisschen diese Chance, dass keiner an uns glaubt. Wir haben an uns geglaubt. Wir sind heute Morgen aufgestanden und haben gesagt, wir haben vorhin. Das ist natürlich jetzt im Nachhinein immer leicht zu behaupten. Aber ich glaube, das war der Unterschied. So geil das Ding. Das ist Wahnsinn. Das ist Wahnsinn. Wir alle toben. Das hat praktisch ein geiler Fight. Wow. Wow! Das ist auch passbar. Das ist aber unglaublich, Mann! Das ist aber geil, was soll ich sagen. Letztes Jahr war es so, dass Flensburg die Oberhand gewonnen hat. Wir mussten gratulieren. Dieses Jahr war es andersrum. Das war die Revanche für das Finale letztes Jahr. Und ich bin einfach überglücklich, dass wir diese beiden Titel geholt haben. Es war eine schöne Party auf dem Krimfeld. Die Leute sind so richtig in die Wahl. Einige haben Dopingkontrolle und so. Im Moment ist es ganz ruhig. Später in der Nacht wird es noch besser.